Musik Hallo und herzlich willkommen meine lieben Leute zu einem neuen Projekt namens Age of Hexit und hier geht es um ein kleines RPG PvP auf dem Modpack Hexit und wir haben drei Städte bzw. drei Teams wir fangen gleich mal an mit der Vorstellung von Team Grün Hallo Leute, wir sind PixelbrothersMC mit dabei sind der Retras und der Lizking und ich, Onliner und im grünen Team ist noch MMM Pista ist das ne 100 oder? ne es ist ne 100 ja ja von Freaky Gamers I-O-O 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 oder ich kann vielleicht kurz noch was zu seinem Youtube Channel sagen ähm fängst du mal an eh ja naja wir sind eigentlich drei auf dem Kanal aber ja die anderen beiden Bobbys sind scheiße und inkompetent und ja schwul ok gehen wir weiter zum Team Blau ihr dürft euch nicht vorstellen fangen wir mit jetzt mal den Spawn den Blau ist schüchtern wie ich merke ja wir sind alle Emos, wir stehen jetzt hier alle in der Ecke ok, Heraklinos fängt jetzt an was? nein, niemals doch, Heraklinos fängt an fach fängt fach ja ok, also ich bin Heraklinos und ich bin hier in Stadt Blau ähm zu meinem Youtube Kanal derzeit ähm hauptsächlich Minecraft Hexit und ab Weihnachten kommen dann auch wieder andere Projekte lalalalalala Werbung, ok, weiter Schattenboote Juh, hallo, also hier in Minecraft heißt sich Schattenboote aber mein Kanal heißt Dorox und darauf mache ich hauptsächlich Minecraft und League of Legends aber auch hin und wieder mal ein anderes Game League of Legends ok, weiter Juh, ich bin Trox sorry ich bin Trox und ich war bis gerade noch inaktiv auf Youtube ok so fünf Monate Pause haha, ja jetzt kommt's was ja, moin also mein Kanal heißt auch so wie ich in Minecraft heiße und ich mache eigentlich auch größteils Minecraft Let's Plays und ja sonst immer ein anderes Let's Play, worauf ich gerade so Lust habe und der hat heute Geburtstag wooo ja, genau lalalalalalala die Salat gehen ok, yeah kommen wir zu Team Rot was noch nicht ganz was noch nicht ganz vollständig ist aber fangen wir mal bei Sky an jo leute ich bin der Sky auf meinem Punkt findet ihr auch hauptsächlich Minecraft aber auch viele andere Let's Plays und ja, ich mache einfach was mir Spaß macht Telefon 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 ich habe ja gesagt der soll mit der Getschern die Hölle fahren ja, wir sind von den Giscrafters hier wir leiten das ganze Projekt auf ähm Kai der ist gerade am Telefon Idiot wir machen auch hauptsächlich Minecraft Videos waren bis jetzt noch inaktiv ja und jetzt gehts eigentlich wieder los Alter, es ist jetzt schon voll aus Chaos ja, das war und der select gerade alles live so, dann würde ich jetzt mal sagen ähm wir gehen in die einzelnen Konfis beziehungsweise in die einzelnen Channels genau und dann kannst du losgehen äh, ich kann mich jemand mit runterziehen gleich weil sonst stürzen wir wahrscheinlich alles ab danke wer hat das jetzt gesagt wer hat das jetzt gesagt also bis gleich ich bin auch noch bei den ganzen Namen verwirrt alles klar äh Heragni so, hab ich jetzt den Channel mal eben geswitcht hallo hallo Erik hallochen hallo ist schon, ist schon ok wenn wir uns beim, beim Rechennamen nennen oder? ja, klar auf jeden hi hallo hallo aber wir sind vollzähl, ich hab mal geil äh, wieso funktioniert das nicht? du musst draufstehen ich bin drauf gestanden äh wahrscheinlich erkennst du mich nicht als Spieler vielleicht brauchen wir größer Eier was sollen wir denn jetzt machen? habt ihr ne Ahnung? letzte Frage äh oder einfach nur warten ich glaube, ich glaube, äh sollte irgendwas passieren? ja, alle stehen hässlich rum da hat der Funks nicht ja, die geht wirklich nicht äh habt ihr wieder was verkackt, ne? spiderman 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 tja, ist jetzt natürlich ein bisschen gay ne, spiderman ist nicht gay ne, der noch nicht das hier super super konnte man das nicht vorhin testen? na, vorhin hat's noch funktioniert vorhin ist es gegangen sie haben sich alle immer drüber aufgeregt Minecraft hat erkannt, dass jemand aufnimmt ha, wir versauen's hier, du Penner äh, ja oh, ich sehe, du willst registrieren was passiert, wenn ich einfach nicht arbeite? oh mein Gott boah, Alter, wollen wir von den anderen die Skillstats jetzt schon versauen? ne du killst das? oh ne ihr müsst doch nicht wieder die gleiche Platte setzen, setz doch ne andere ach ja oh oh jetzt hat's funktioniert wir hat aber wahrscheinlich einer gekriegt wir sind grün, ne? also, wir haben das besprochen den Zuschauern die Regeln erklären weiß jemand die Regeln? ne auswendig nicht, nein ich kann sie kurz vorlesen, meine Aufgabe ist ja nicht, ist ja egal eigentlich oder? jo aber du musst dennoch aufnehmen, ne? ich nehm schon auf, ach so, lass mich ganz kurz Notepad öffnen, bitte okay mal eine ganz kurze Frage zwischendurch, ich hab jetzt hier so einen richtig hässlichen komischen Strich überall in meinem Bild drin also, wo durch, also wo im Bild? nein, überall, es ist sozusagen alle, alle Blöcke sind sozusagen damit so abgetrennt ah, das ist F9, das ist F9 ja, das ist natürlich premium das ist die Aufnahmetaste bei mir ja, dann musst du das wechseln, du Idiot oh ja lol hat damals auch mal funktioniert, aber mach nen Schnitt, mach nen Schnitt hier und jo so, äh, immer noch wenn du einfach auf die Aufnahmetaste ja, äh, muss das jetzt erstmal so klarkommen, ist jetzt egal, scheiße